Mayo Stars und Sternchen, was geht? Willkommen zu einem weiteren Teil Tanki Online. Heute mal wieder auf meinem wunderschönen kleinen Nacotrix. Diesmal mit der schlechtesten Farbe ever in diesem Game. Premium! Und ansonsten, ähm, nicht, dass Leute auf die Gedanken kommen, ich habe mir ja vielleicht Premium mal einfach mal so gegönnt. Nein, 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 aber ja, diese Quest abgeschlossen, bla bla bla. Nicht, dass hier schon wieder irgendwelche Leute auf irgendwelche komischen Gedanken kommen. Außerdem glaube ich nicht, dass diese Schlacht richtig für mich ist. Vor allem nicht dieses Team. Denn gleich wird es wahrscheinlich 6 zu 11 stehen, danach 6 zu 12, vielleicht sogar 6 zu 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ja, das kann weitergehen bis 20 wahrscheinlich. Und das tue ich mir dann auch nicht an. Auch wenn es Tribut ist und ich eigentlich nur reingegangen bin, weil es Tribut ist, weil es mal was anderes ist, weil es mal keine Schießplatz oder was auch immer ist, sondern einfach die Tribut ist, bin ich hier reingegangen. Aber das war wohl anscheinend eine Fehlentscheidung. Willst du mich abschießen? Na super, ich gehe raus. Ähm, ja, das bringt einfach nichts. Also ich dachte, wir könnten es schaffen, aber nee, komm, lass mal. So wie eine andere Serpotschaft habe ich auch schon oft gezeigt. Das ist blöd, das sind immer wieder dieselben Karten hier vertreten. Oh, eine 4-4. Ja, komm, wir gehen in das Team rein. Ich glaube, das ist dann sowieso wieder das Verliererteam, aber egal, kann ja sein, 1-0. In welchem Team bin ich? Oh, das richtige Team gewählt. Das ist manchmal so scheiße. Also manchmal ist da, ist dieses Timing so krass. Ich, ich schaue mir die vorher immer ein bisschen an. Also ich schaue mir die Schlacht vorher, bevor ich reingehe, immer so ein bisschen an. Was heißt immer? Manchmal schaue ich die mir halt an, indem ich halt einfach so gucke, bleibt es so? Wie sehen die Punkte aus? Wer macht hier am meisten Punkte? und so weiter und so fort. Das gucke ich mir dann immer so ein bisschen an und entscheide dann halt, in welche Schlacht ich gehe. Und trotzdem nehme ich immer das Verliererteam. Nee, dann ist zum Beispiel Ausgleich, 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 Ausgleich. Es bleibt halt einfach weiterhin ausgeglichen. Dann gehe ich rein. Bombs, Führung für das gegnerische Team. Das ist mir jetzt schon so oft passiert. Das ist einfach nur schrecklich. Man denkt sich so, yo, alter, richtige Entscheidung. Zack, Rückstein. Herrlich, herrlich, herrlich. Aber nun führen wir. Aber das macht auch keinen Spaß, wenn wir nur vier Gegner haben. Wieso geht denn hier niemand rein? Nein, die meisten sind natürlich da in einer anderen Schlacht vertreten. Mi, 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 mi. Und diese Schlacht wird gar nicht besucht. Schön. Und da hast du hier nur vier Gegner. Und die machen nicht mal richtig was. Da kann ich hier einfach durch. Da spazier ich hier einfach durch, außer er hat seine Ricochet und schießt einfach mal gegen die Wände. Das hat er wenigstens drauf mit einem Stern. Aber das habe ich auch von niemals erwartet, ja. Also mit einem Stern muss man schon ein bisschen mit seiner Waffe umgehen können. Na gut, ich kann mit gar keiner Waffe umgehen. Aber egal. Ich bin ja auch kein Stern. Ich bin nur ein Major und Generalissimus. So. Was willst du mehr? Also. Dennoch, 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 dennoch. Hi. Hi, 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 hi. Freundchen, Freundchen. Bleib mal jetzt ruhig. Boah, du lächst ein bisschen. Fällt dir das gar nicht, ob das ein bisschen lächst? Mi, 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 mi. Und FPS-Neinbrüche gibt es auch bei mir. Na super. Also, Standardkram, wie immer. Oh, das ist die nächste Flag. Also, das macht auch keinen Spaß. Da suche ich mir auch wieder eine andere. Ey. Was soll denn das? Ne, 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 ne. Oh, nice. Okay, gut. Dann nehme ich halt die Mitte. Auch kein Problem. Machst du halt einen kleinen Umweg. Scheiß drauf. Die werden sowieso nicht auf mich gehen. Ich habe hier nur die Flagge. Oh, 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 mein Gott. Drei Railgun-Schüsse. Was ist los mit euch? Übertreibt mal mal wieder ein bisschen hier. Alter Falter. Ich sage, ja, komm, scheiß drauf. Werden ja nicht auf mich gehen, ne. Bin ja nur der Flaggenträger. Bam, bam, bam. Innerhalb von einer Sekunde erst mal drei Schüsse hier abgegeben. Was ist da los mit euch? Meine Fresse, ey. Die stehen da hinten in Formation und denken sie so, Achtung, fertig, feier. Boom. Und nur einer trifft von drei. Naja, gut, ist immer eine Trefferquote von 33%. Also, es ist doch mal was, ne. 33,3 und vielleicht vier. Aber ist doch scheiße, Aldo. Runden wir einfach mal ein bisschen hier auf. Ähm. Tot. Vier. Äh, zwei von vier. Ah, sind wir schon mal 50%. Super. Ähm. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Also, wenn wir die Führung hier halten können, dann wäre es cool. Wow. Jetzt haben sie sogar fünf Gegner. Äh, wir haben fünf Gegner. Sie haben fünf Spieler. Wir haben fünf Gegner. So. Es ändert aber noch immer nichts dran, dass die Schlacht hier gerade voll langweilig ist. Jungs und Mädels, alle Altersklassen, jetzt macht doch mal hier ein bisschen was für euer Geld. Ein bisschen was. Ein bisschen was. Ja, ganz, 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 ganz wenig. Ne? Habe ich das schon dem anderen Team gesagt? Ich glaube, ich habe das dem anderen Team gesagt. Genau. Würdet ihr euch ein bisschen mehr anstrengen, dann könnten wir das hier richtig rocken. Und dabei noch immer fair bleiben, ohne unter die Gürtellinie zu schießen, ne? Wo auch immer hier die Gürtellinie meinem Panzer ist, aber ist ja auch egal. Es geht hier einfach nur ums Prinzip. Es geht ums Prinzip, Freunde. Ums mächtige Prinzip. Darum geht's. Alles andere ist vollkommen irrelevant. So. Ich mag das Wort irrelevant. Das kann man so schön aussprechen. Irrelevant. Irrelevant. Öh, tot. Ähm. Irrelevant. Ja. Gibt's noch eine wichtige Ankündigung, die ich hier eventuell verkünden darf? Ach, genau. Goldbox. Was ist los? Das war cool. Gibt's noch was Wichtiges? Klar, meine Goldbox. So. Wo fällt die? Wo fällt die? Ich mache einfach mal Selfkill. Ich weiß noch nicht, warum ich jetzt überhaupt Schutz gedruggt habe, aber egal. Ach, du Scheiße. Shitty. Shitty Kacker. Was ist denn das, Mann? Die fällt dort in der Base. Warum kann die nicht mal bei uns in der Base fallen? Warum spawne ich am anderen Ende der Karte? Warum muss ich jetzt überhaupt druggen, um an die Goldbox zu kommen, die ich sowieso nicht bekomme? Da fällt die ja schon. Ach, du heilige Scheiße. Also wenn es einen gibt, der sie nicht bekommt, dann bin ich das. Was willst du hier machen? Ja! Natürlich wurde ich weggedrückt. Ich war so kurz davor. Ich habe aber nicht geschrieben, weil ich sie vielleicht bekommen hätte, sondern weil ich angeschossen wurde. Mann, 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 Mann. Ich habe den Railgun da hinten gesehen, aber ich hatte nicht gedacht, dass er jetzt auf mich geht. Ach, Leute, Leute, Leute. Immer... Hey, hey! Hey! Du hast mich angeschossen. Weißt du das? Das ist nicht nett von dir. Das ist wirklich nicht nett von dir. Da hinten ist eine Donner, aber die kann mich sowieso nicht treffen. Und nun können wir hier einfach rumgammeln. La, la, la. Ist die Welt nicht wunderbar? Ha! Schön runtergedrückt, du. Schön runter. Oh, da ist eine Heilung. Das ist eine Heilung. Das ist meine Heilung. Meine, 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 ist meine, ist meine, ist meine. Nice, Mann. Habe ich doch gesagt, Jung, ist meine! Okay. War hier noch einer? Ich war doch nicht... Wo ist denn hier schon wieder der Railgunner? Wo ist er? Wo ist er? Wo versteckt er sich? Wo ist er? Hier sind einige. Hi, Leute! Okay, jetzt macht es langsam Spaß. Jetzt kommen die Gegner hier rein. Wie viele haben die jetzt so? Wow, sechs. Na toll. Einer mehr. Wow, jetzt macht es aber so richtig Spaß. Na gut, sechs gegen sechs ist noch okay. Passt schon. Das Blöde ist, ich habe hier... Ja gut, mit M2 kann ich hier auch noch gut antreten. Na okay, ich nehme alles zurück. So schlimm ist es gar nicht, mit Sternen zu spielen. Aber wenn sie dann schon wieder so Setkäufer sind, dann macht es auch keinen Spaß. Wenn die dann hier mit M3 und so weiter rumcruisen und M3 dann verbessert haben, weil sie so richtig cool sind, dann macht es auch keinen Spaß. Vor allem nicht, wenn man so wenig M2 hat wie ich. Aber es ist kein Problem, du! Es ist kein Problem! So viel brauche ich ja gar nicht M2, ne? Ich brauche ja nur die notwendigen Sachen M2 und dann hat sich die Sache eigentlich schon erledigt. Und treffen kannst du auch nicht. Schäm dich. Ich glaube, der Typ da hinten, der hat, ähm, Dings. Atomen. Glaube ich. Aber ansonsten kann er mir, glaube ich, nicht so viel abziehen mit einem Schuss. Vor allem, weil ich noch 15% Schutz gegen ihn habe. Und dann noch aus der Entfernung. Das macht dann Pi mal Daumen eigentlich 10% weniger als mein aktueller Lebensinhalt gerade war. Oder Lebensanzahl an Lebens-HP. Ach, irgendwas halt! Meine Fresse! Panzerung! Panzerung! Das war das Wort. Das war das Wort. Panzerung! So! Ähm, welcher Platz bin ich? Na, fast! Fast erster! Das ist doch mal was! Ich bin tot. Fast erster! Also wenn ich das doch mal auf den ersten Platz dann bringen kann, dann habe ich denen aber gezeigt, wo der Hammer hängt. Und das als Major! Gut, liegt vielleicht daran, dass ich ein bisschen drugge. Aber jeder darf druggen in diesem... Ai, 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 ai. Der weiß, wie er mit seiner Raygun umgehen kann. Das ist nicht so cool. Wenn Leute wissen, wie sie mit ihrer Raygun umgehen können, dann sind es entweder Genekinder oder einfach nur Suchtis. Oder beides. Je nachdem. Hallo, Freundchen! Ha! Schön, du! Schön weg! Gezogen! Abgezogen, Alter! Abgezogen, Mann, Junge! Oh, Mann! Ach, du Scheiße! Uh! Das war fies! Ja, komm, Leute! Wir müssen das echt gewinnen! Wir müssen das gewinnen! Wir haben noch mal drei Flaggen! Gleich zwei Flaggen, aber scheiß drauf! Wir haben noch mal die Führung bei 3 Minuten 40! Okay, das kriegen wir schon irgendwie hin! Das kriegen wir schon irgendwie hin! Nein, 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 nein! Oh! Knappe Sache! Okay, weiter, 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 weiter! Kommt, Leute! Kommt, Leute! Zwei Flaggen Führung! Also, wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann sind wir schlecht! Dann sind wir schlecht! Nice, wir haben die Flag! Wir haben die Flag! Wir haben die Flag! Wir haben die Flag! Okay, die haben unsere Flag! Boots, 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 Boots! Boots, Boots, Boots! Das Blöde ist, der hat Schutz gegen sich selber! Sonst würde ich einfach mal schön an ihm dran kleben, damit er sich selber Schaden macht! Aber okay, gut! Boots, 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 Boots! So, jetzt aber, jetzt nehme ich jeden von euch mit! Och, Mann, ey! Und dann drugt er selber auch noch Schutz! Aber anscheinend hat er selber gerade Probleme mit seiner Donne überhaupt zu spielen! Oh, gezogen! Wow! Wo kommt es denn nur auf einmal her? Ei! Ach, komm! Leck mich! Ich werde ein bisschen später abziehen! Och, nee, nee, nee! Da ist sowieso der Typ schon wieder da! Ach, Mensch! Und er ist jetzt hier verloren! Okay, da! Hey! Jungs! Jungs, 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 Jungs! Also, erstens! Es ist ja schön, dass ihr eure Flag bei euch behalten könnt! Aber es ist nicht so cool, wenn ihr dann noch in unsere Base geht! Oh, der Flaggenträger ist gleich tot! Ja! Der wird gleich abnüppeln! Der wird nicht mehr lange leben! Och, du Scheiße! Komm, ab in die gegnerische Base! Wir müssen jetzt noch irgendwie die Flag hier holen! Och, du Scheiße! Verloren! Noch ist es nix! Noch ist es nix! Noch ist nix verloren! Da ist er, da ist er, da ist er! Der wird gleich schießen! Er hat ne Mine gelegt! Das hätte ich kommen sehen sollen! Müssen! Nächster Versuch! Nächster Versuch! Nächster Versuch! Okay, erster werde ich sowieso nicht mehr! Aber wir haben noch zwei Minuten! Fuck, Mann! Und da ist sie! Drei zu vier! Na super! Und die haben schon wieder die nächste Flag! Okay, wir verlieren! GG, Leute, well played! Wir verlieren hier! Wupp, 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 wupp! Hi! Gib mal her! Gib mal her! Hab ich gesagt! Halt, ich bin sowieso tot! Egal! Ab rein in den Graben! Wenn ich schon tot bin, dann ist die Flag jetzt wenigstens dort! Wäre der jetzt umgefallen, dann wäre es richtig cool gewesen! Wo ist denn unsere Flag? Wo ist denn die? Der hat sie verloren! Der hat sie verloren! Schön! Wer war denn überhaupt noch mal? Za, za, za! Za, za, za! Wer war das? Wer war das? Wer war das von euch kleinen Lümmeln? Wer war das? Wer war das? Du da hinten? Nein, 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 nein! Oh, yo! Dreht mich um! Komm, irgendein Vollidiot muss mich jetzt abschießen! Nein, die lassen mich liegen! Fuck, man! Die sind besser als gedacht! Na gut! Ach, Leute, Leute, Leute! Okay, ich bleib jetzt einfach hinten! Wir müssen irgendwie die Führung verteidigen! Ab in die Abwehr! Los, los, los! Jetzt müssen wir defensiv spielen! Scheiß auf die Offensive! Wenn die noch einmal hier durchkommen, und die kommen sowieso durch! Wenn wir einfach mal offensiv spielen und dann an der Flagge scheitern, dann wird einfach sowieso! Aus Prinzip ist gar nicht mal so, ähm, ähm, schwierig, bei denen an der Flag zu scheitern! Und die kommen einfach bei uns ran! Zwei Raygunner, einer trifft, das ist super! Der wäre jetzt, äh, hätte schon ein bisschen Schaden reingedrückt! Hätte, hätte, hätte... Ach, scheiß drauf! Hätte, hätte Lichterkette! Weiter! Komm! Was? Der hält echt einiges aus! Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, muah! Ja, komm, ey! Und das ist der Ausgleich! Ach, das gibt's doch nicht! Es gibt's doch nicht! Ich hatte, natürlich hätte der nur noch einen Schuss gebraucht! Och, Leute! Ausgleich! Es ist geil, Mann! Wir haben geführt mit... Wie viel waren es? 4 zu 1 oder so? Und jetzt kriegen wir so richtig auf die Fresse! Aber so richtig! Okay, ich hab 12, 18! So gut bin ich auch nicht am Start! Aber was willst du da machen? Okay! Hier, den nächsten, zack! Den nehmen wir mit! Okay, dann nicht! Wow! 181 Extra-Kristalle! Jetzt bin ich reich! So, Leute, in dem Sinne, macht das gut oder besser! Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Teil wieder! Ob auf dem Großen oder Kleinen! Weiß ich nicht! Das bleibt eine spannende Frage! In dem Sinne, macht das gut oder besser? Hab ich, glaub ich, schon gesagt! Ach, keine Ahnung! Und Ring gehauen! Ist ja klar! Ich bin schnell! Ja!